Kennt ihr das auch? Die Mensa hat über das Wochenende geschlossen und ihr habt euch daher entschieden, mal wieder einkaufen zu gehen. Jetzt steht ihr im Supermarkt und seid auf der Suche nach Pizza. Aber wo war die noch gleich? Ihr macht euch erstmal auf die Suche nach den Tiefkühlregalen. Dort müsst ihr dann ja auch irgendwann Schild mit den Fertiggerichten und damit auch die Pizza zu finden sein. So oder so ähnlich kann es einem auch gehen, wenn man nach bestimmter Literatur sucht. Man hat eine Literaturliste von einer Dozentin bekommen, muss aber erstmal wissen, um welche Publikationstypen es sich hierbei handelt, um dann auch am richtigen Ort danach zu suchen. Denn so wie die Pizza im Supermarkt in der Tiefkühlabteilung, Äpfel aber in der Gemüseabteilung zu finden sind, sind Artikel aus Fachzeitschriften oder Sammelwerken im Bibliothekskatalog anders zu suchen als eigenständige Werke. Zum Beginn einer Literaturrecherche ist es wichtig zu wissen, welche Publikationstypen es gibt und woran man diese Typen in einer Literaturliste erkennen kann, um diese Literatur entsprechend recherchieren zu können. Wie erkennt man also unterschiedliche Publikationstypen, wenn man zum Beispiel eine Literaturliste für ein Seminar bekommen hat. In den meisten Fällen kann der Publikationstyp an der Zitierweise erkannt werden. Eine Monografie, das heißt ein eigenständiges Werk, ist sehr einfach zu erkennen. Hier werden zunächst die Autorinnen und Autoren genannt, die das Werk verfasst haben. Nach dem Titel ist das Jahr der Veröffentlichung angegeben. Sehr häufig werden noch Ort und Verlag angegeben. Ein Sammelband, also eine Sammlung von Artikeln, hauptsächlich unterschiedliche Autorinnen und Autoren, erkennt man hingegen daran, dass ein Herausgeber oder eine Herausgeberin angegeben ist. In diesem Beispiel steht HRSG für Herausgeber. In englischsprachigen Werken steht an dieser Stelle ED für Editor oder EDS für Editors. Dass es sich um einen Artikel in einem Sammelband handelt, erkennt man daran, dass zusätzlich zum Titel des Artikels auch der Titel des Sammelbandes genannt wird und am Ende der Zitation die konkreten Seitenangaben, auf die sich der Artikel beschränkt, zu finden sind. Bei einem Zeitschriftenartikel dagegen werden zusätzlich zum Titel des Artikels auch der Name der Zeitschrift, der Jahrgang und oder das Heft und die Seitenzahlen des Artikels ergänzt. Solche Artikel aus Zeitschriften und Sammelbänden nennt man deshalb auch unselbstständige Publikationen, weil sie Teil eines übergeordneten Werkes sind. Aber warum ist die Unterscheidung solcher Publikationstypen eigentlich so wichtig? Das hat einen sehr praktischen Grund. Nicht alle Artikel bzw. Aufsätze können über ihren Titel in Bibliothekskatalogen direkt recherchiert werden. Während Artikel und Aufsätze aus elektronischen Veröffentlichungen häufig über einen erweiterten Suchraum gefunden werden können, sind Artikel aus gedruckten Zeitschriften oder Sammelbänden nur selten gelistet. Monografien und Artikel aus Sammelbänden und Zeitschriften sind über Bibliothekskataloge meist nur über den Titel des Gesamtwerkes auffindbar. Für die Literaturrecherche ist es also wichtig zu wissen, ob man nach einer selbstständigen Publikation wie zum Beispiel einem Buch oder einer unselbstständigen Publikation wie zum Beispiel einem Artikel aus einem Buch oder einer Zeitschrift sucht. Jetzt könnt ihr unterschiedliche Publikationstypen in eurer Literaturliste identifizieren und den Bibliothekskatalog recherchieren. Und vergesst eure Pizza nicht!